Sie waren 20 Jahre auf der Oppositionsbank, wir haben es schon angesprochen. Glauben Sie, dass Sie der politischen Minderheit im Landtag deshalb anders begegnen werden als andere? Werden Sie versuchen, sie stärker einzubinden? Selbstverständlich und ich glaube, das habe ich auch jetzt in den letzten Sitzungen schon gezeigt, es ist mir ein großes Anliegen, gerade weil ich aus der Opposition komme, die Vorwürfe an die Mehrheit kenne, ist es mir natürlich ein Anliegen, dass auch hier eine neue Art der Politik möglich ist, dass auch hier ein neuer Umgang und ein neuer Stil gelebt wird und ich glaube, dass ich hier auch ein gutes Bindeglied von der Regierung zur Opposition sein werde. Und was mich anbelangt, ich werde mich sicherlich nicht ändern, nur weil ich den Sitzplatz im Landtag jetzt gewechselt habe.